Hallo und Willkommen bei Vielblaum Nichts Nummer 230. Und gerade eben, wie ich hier die Aufnahmetaste gedrückt habe, kam eine E-Mail. Why did you leave us von RetroGamer? Hallo, das Team würde gerne wissen, warum ihr uns verlassen habt. Eine Umfrage, oh fein, 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 die wir euch dann nachher mal ausfüllen müssen. Ähm, wow. Ja, warum? Weil ihr einen Scheiß-Service habt und euer Drecksverlag sich einen Mist drum kümmert, dass die Leute ihr Heft außerhalb von England einigermaßen flott bekommen. Wobei die Ironie ist, die letzte Ausgabe, die ich jetzt schon nicht mehr bekommen habe, die kam tatsächlich innerhalb von einer Woche scheinbar mal an. Das erste Mal nach x Jahren, das regt mich so auf. Aber ich, ja, und vor allem, nee, kein Bock mehr. Ich hätte es zwar gerne noch weitergesammelt, aber ganz ehrlich, das ist einfach die Nerven nicht wert. Da komme ich drüber weg. Bei der Edge habe ich es auch sehr schnell verkraftet, dass ich es aufgegeben habe. Und wenn mir jemand ein richtig gutes Angebot machen würde, nach wie vor, dann wäre ich am Verkauf nicht abgeneigt. Aber das müsste schon wirklich richtig gut sein. Weil es tut mir auch nicht weh, dass ich die Hefte habe. Aber, naja, egal. Ja, außerdem natürlich ein anderes Thema. Wetter, ja, kack, heiß, scheiße. Es ist gerade laut Windows-Angabe habe ich aktuell irgendwas so um die, angeblich, ja, zwischen 31 und 29 Grad. Das ist alles ganz toll. Allerdings, ach nee, Live-Temperatur-Eier, das sind gerade. Hier in meinem Zimmer ist es ein bisschen wärmer noch. Also ich hatte die Woche mal bis 34 Grad. Das hat dann auch der PC nicht mehr verkraftet. Ist mir ein paar Mal, hat sich ein paar Mal resettet. Vielleicht, was er so auch schon mal machen kann, aus unerfindlichen Gründen. Aber wenn es ein paar Mal hintereinander passiert, dann war der Zusammenhang schon relativ eindeutig. Naja, gut. Jetzt habe ich gerade hier ein bisschen Durchzug von den sonnenabgewandten Seiten, aber es ist immer noch warm genug. Aber, immerhin sagt mir das Wetter, am Samstag nur 26 Grad und Regenschauer. Oh, stimmt, am Donnerstag hat es ein bisschen geregnet. War geil. Und es war kühl. Den ganzen Tag fast kühl. Also unter 30 Grad deutlich. Gut, Sonntag 29, Montag 31, aber dann der Rest der Woche, in der ich Urlaub habe. Übrigens 23, Klima 20, Klima 20, ja gut, 28, 29, 29. Naja, also es könnte sein, dass es sich hier langsam ein bisschen einfängt. Schön wär's. Ein bisschen mehr regnen dürft es natürlich auch gern mal. Und überhaupt. Aber jedenfalls so, Wettervorhersage haben wir auch schon. Sonst was gibt es Großartiges. Ja, äh, erzähl ich noch eine tolle Versandstory. Ich hab bei Basecom, hab ich vielleicht das letzte Mal erwähnt, einen Testlauf gestartet. Yep. Das kam dann tatsächlich am Mittwoch stressfrei an. Also Donnerstag bestellt, Freitag kam die Versandbestätigung. Heute geht's raus. Das hab ich doch, das hab ich sicher erwähnt. Wenn nicht, würde ich mich sehr wundern. Und am Mittwoch war's da. Ein normaler Umschlag mit einem Switch-Spiel drin. Und dann deklariert, korrekt deklariert scheinbar. Keinerlei Zollbehandlung erkennbar in jeglicher Weise. Äh, war ja auch vorab den korrekten Zollsatz bezahlt. Oder Mehrwertsteuersatz, besser gesagt. Alles gut. Interessant war, dass die Summe, die deklariert war, die Netto, die Netto-Summe war, was mich auch überrascht hat. Ich hab gedacht, da steht dann der tatsächliche Warenwert drauf. Wobei ich mich dran erinnere. Ich hab die Woche mal auch eine E-Mail bekommen von einem Hersteller. Er gemeint hat, hey, ich schicke dir jetzt ein Spiel mal. Wann war denn das? Am 13. Am 13. Um, also am späten Mittwoch. Dann ist das jetzt schon über eine Woche unterwegs. Das läuft also scheinbar anders ab. Das dauert also länger offensichtlich. Weil das hab ich noch nicht. Aber bei dem weiß ich. In der Fall hat mich gelehrt, dass da auch schon mal zwei Wochen dauern kann. Das werden wir ja sehen. Vielleicht klappt's vielleicht auch nicht. Aber gut. Was wollte ich denn uns noch sagen? Gut, gut. Also jedenfalls Base scheint, das ist eine valide Anlaufstelle offenbar, was wohl funktioniert. Und die haben auch zivile Preise. Teilweise sogar recht günstig. Und halt tun sich auch vor allem hervor, dass sie Sachen von den kleineren Publishern haben, wo Amazon UK gerade gerne mal eher zickt. Also so Geschichten wie P-Cube und NumSkull und Funbox Media, die die East-Asia-Geschichten haben. Da ist man bei Amazon ein bisschen immer am, hm, klappt's, klappt's nicht. Also bei Somnium-Files hätte es nicht geklappt. Das konnte man lang nur als Brite bestellen. Und dann war es ausverkauft. Für alle. Und das ist es immer noch. Völlig bizarr. Und bei den anderen Geschichten von B-Cube und East-Asia, also Pretty Girls Collection, die ich unbedingt haben muss. Da ist die PS4-Version kann man bestellen, aber nicht die Switch-Version. Die ist gelistet als nicht im Lager. Die kann ich nicht mehr in meinen Warenkorb legen, damit ich es mal merken kann. Nein. Und keine Ahnung, was da los ist. Und beide sind bei Base gelistet, zu zivilen Preisen. Dann muss man ein bisschen zwei, drei Tage länger warten. Das geht aber. Außer halt NetGames importiert, was er wahrscheinlich tut, dann werde ich da auch mal gucken. Und ich habe bei PlayAsia mal spontan was mich hinreißen lassen, weil eine Visual Novel, die Amazon seit sechs Wochen mir nicht schicken kann, weil sie es doch nicht auf Lager haben. Da muss ich ja gerade mal gucken. Warte mal, das interessiert mich jetzt. Die hatten angeblich nur eine auf Lager, die ich es bestellt habe. Und dann habe ich gewartet und gewartet und es ist nichts passiert. Das habe ich doch gar nicht gecancelt. Hä? Die Order ist nicht gecancelt worden, weil das Spiel doch bekommen. What? Geil. Warum? Hä? Ja, schön. Das steht jetzt einmal als gecancelt. Nee. Moment. Was ist hier los? Achso, das war der. Naja, den teilgecancelten Artikel, der ist nicht mehr auffindbar. Das ist ja geil. Dann tue ich mir jetzt schwer, den natürlich zu entdecken, wo er sein könnte. Ja gut, ist egal. Jedenfalls bei PlayAsia hatten es dann noch welche. Tatsächlich zum natürlich völligen überzogenen Luxuspreis. Vor allem PlayAsia verlangt ja Dollar. Und Dollar ist natürlich der Wechselkurs völlig für den Arsch gerade. Und dann habe ich mir halt noch 1,3 geschmatzt, damit sich der Express-Versand auch einigermaßen lohnt. Und ich hätte es jetzt natürlich auch, die haben gerade so günstig, dass man auch umsonst verschicken kann. Aber ich habe keinen Bock, Wochen zu warten. Ich möchte tracken können. Und ja, schauen wir halt mal. Hoffentlich klappt es. Dann kam die von FedEx die Ebene, ist alles klar, läuft, ist unterwegs. Beim letzten Mal haben sie es aber, einmal haben sie es geschafft, haben sie gesagt, ja, vorab bezahlen geht nicht mehr. Man muss das jetzt selber verzeihen. Dann haben sie gesagt, naja, gut, scheiß drauf. Und dann haben sie das Geld zurückgekommen. Beim anderen Mal haben sie das Formular falsch ausgefüllt. Dann kam von FedEx die Ebene, wir kriegen Geld von dir. Und ich so, nee, ich habe es doch vorab bezahlt. Also ich bin mir ziemlich sicher, haben sie das Kreuz an der falschen Stelle gemacht, die Deppen. Mal hoffen, dass es diesmal klappt. Ich habe beim einen Spiel, das wird der NetGames irgendwann mal schon haben. Aber da wollte ich jetzt auch nicht drauf warten, wenn ich das andere ja noch bestellen muss. Aber naja. Und das dritte ist mitbestellen, ging nicht, weil da kommt man über 150 Euro. Und dann sagt, das wäre gegangen. Aber dann sagt halt PlayAsia, nee du, wenn es über 150 geht, dann verzollen wir halt schön selber. Weil dann kommt ja noch theoretisch wirklich ein Zollsatz dazu. Und nicht nur Mehrwertsteuer. Und dann kommt aber mit Garantie die Bearbeitungsgebühr von FedEx dazu. Und das ist 12 Euro mit Mehrwertsteuer. Und da habe ich natürlich auch keinen Bock drauf. Weil dann wird es ja nochmal ein Stück teurer. Ja, jedenfalls ist halt so alles. Mal gucken. Das war dann zum Glück nicht eins, was ich dringlich... Mein Gott, habe ich so auch nicht gebracht. Ich probiere es halt mal. Beim Lego hat H, die bin ich auch noch mit mir am Hadern. Eigentlich ist es so geil, dass ich es haben müsste. Ob ich es dann jemals zusammenbaue, ist die andere Baustelle. Aber, boah, es sieht so cool aus. Aber der Preis ist natürlich schon auch... 42 Euro ist eine Hausnummer. Ich meine, wenn man es dann zusammenbaut, hat man für das Geld auch viel Zeit quasi bekommen. Bei 2000 irgendwas Stücken. Aber trotzdem. Na ja, mal abwarten. Ja. Gehen wir weiter. Ich habe jetzt auch ein bisschen schon Freeform geschwafelt, weil ich weiß, dass hinten nachher nur begrenzt viel kommt. Ich habe ganze zwei E-Mails bekommen. Das könnte jetzt ein Anlass zur Krise sein, wenn es nicht die zwei Content Kings per se sind. Deswegen kriegt ihr nachher noch genug zu hören. Keine Angst, das geht schon. Aber gerne mal jemand anders auch wieder. Auch wenn sich ja zwei oder mindestens zwei Leute, glaube ich, abgemeldet haben von den... Ja, so viel mehr sind sie auch gerade. Dass sie gerade Zeitstress haben. Na gut, egal. Ja, ich muss jetzt gerade meine Uhr runternehmen. Ich habe mal eine neue Uhr gekauft. Eine schöne alte Casio wieder. Und zwar die mit dem schwarzen Plastikarmband. Das ist bei so Temperaturen doch nicht unbedingt das hautverträglichste, so gut ich es auch sonst finde. Und die Uhr, also diese schwarzen Uhren, die Beleuchtung ist ein Witz. Die kann man einfach nicht... Die hilft nichts. Da kann ich die Zeit in der Nacht nicht lesen. Bei den Metallenden ist es besser. Und die habe ich vor x Jahren mal für 10 Euro kauft, dann mal für 13. Jetzt kostet sie 20. Das hat aber, glaube ich, nichts mit den aktuellen Umständen zu tun. Die sind einfach so teurer geworden. Komisch. Aber egal. Gut, also YouTube-Kommentare. Zum Bla. Meint der Aldi. Erster. Frage jetzt an der MT-Edit. Ja, Glückwunsch. Immerhin. Nicht schlecht. Aldi hat leider sonst nicht viel zu sagen. Momentan. Buh. Aber egal. Und der MT-Edit fragt noch, wie oft geht Ulrich jetzt zu dem neuen Vietnamesen essen? Das ist eine gute Frage. Frage, ich war seitdem noch nicht wieder. Ich habe es aber vor, weil... Mei, ich bin halt so ein fauler Essensgeher. So, man muss sich dann anziehen, hingehen, warten. Vor allem, wenn man alleine geht, ist es vor allem nervig. Weil ich gehe halt auch nicht so gerne alleine essen, weil man halt dann rumsitzt. Klar kann man in sein Smartphone schauen, aber das ist auch... Da komme ich mir auch ein bisschen blöd vor. Weil, wieso eigentlich? Macht doch heutzutage jeder. Naja, mal gucken. Ich muss auch noch eruieren. Das ist ein bisschen, äh... Unklar, ob sie eine Mittagskarte haben. Sie hatten eine, die ist jetzt aber auf ihrer Webseite nicht mehr zu finden. Deswegen bin ich ein bisschen verwundert. Und am Wochenende gilt die ja nicht. Gut. Aber ich habe ja auch viel Zeit. Also ich könnte ja auch locker dank Heimarbeit quasi unter der Woche einfach mal essen gehen. Und ob dann so ein Essen 10 oder 15 Euro kostet, das ist schon ein kleiner Unterschied. Dann ist es zumindest Motivationshilfe. Aber muss ich noch rausfinden. Ich habe aber vor, doch noch hier und da hinzugehen. Vielleicht auch nicht unbedingt, wenn es so warm ist, weil dann das Ding hat keine Klimaanlage. Das ist klar. Dann schauen wir mal. Also ich werde sicher noch öfters mal hingehen. Und vielleicht auch mal so mal mit Begleitung, vielleicht auch mal hier und da, damit ich vielleicht auch mal eine Vorspeise teilen kann, weil die sehen so lecker aus. Aber wenn ich die dann drin habe, dann kriege ich vom Normalessen immer so viel unter oder fühle mich hinten nach zu voll. Das ist auch nicht so geil. Aber gut, schauen wir mal. Werden wir klappen. Bei dem Nachbarsort war ich mal dort und habe ihn mal angeschaut. Ich muss sagen, also ambientetechnisch kann der überhaupt nicht mithalten. Ist aber auch kein Wunder, wenn man in einem Betonklotz sitzt. Und sonst ist er relativ ähnlich im Sortiment. Also egal. Das heißt, da muss ich da nicht zwingend hinfahren. Ja, gut. Dann weiter. Dann hatte ich ja am Sonntag den dritten Importreport. Schön. Der doch immer noch ganz akzeptabel ankommt, habe ich den Eindruck. Ja. Ja. Akzeptabel ist ein schönes Wort, glaube ich. Der NLK-Design meint, Dead or Life ist mittlerweile gut teuer geworden. Ich gucke gerade. Wir reden hier von Scarlett. Klar, muss ja, wenn ich das in meinen Thumbnails richtig einschätze. Ist das so? Ich kann es zugegeben gar nicht beurteilen. Ich meine, bei PlayAsia, das würde ich auch nicht als Basispreise einschätzen. Aber schauen wir halt mal. Extreme 3. Ne, 60 Dollar für die Asien-Version. Das ist jetzt nicht irgendwie, aber sie haben nur die Asien-Version scheinbar. Und Fortune Asien auch 60. Das sieht für mich, also wenn sie auf Lager sind, ja, das ist jetzt nicht unbedingt weltbewegend. Ich meine, das ist für PlayAsia-Verhältnisse vor allem, oh, ja, Fortune ist sogar billiger geworden, von 72 auf nur 60. Das ist für PlayAsia ganz, ganz akzeptabel. Also natürlich, weil, ja, oh, oh, ja, die Japan-Version. Okay, okay, die Japan-Version von Fortune, die mir aber eh nichts bringt, weil die nur japanisch ist, die kostet 140. Ui. Und Scarlett kostet, nee, also die Asien-Version sind erstaunlich billig. Ja gut, die Collectors für Vita ist kacken teuer, aber das, ja, ist ja auch keine Überraschung. Egal. Ja, aber gut, dann interessant. Und da Tokio meint, schöne Sammlung mal wieder, er muss mich aber korrigieren, SNK-Aeroins für PS4 gibt, gab es ja wohl auch verpackt in Pal-Gefilten zu kaufen. Er weiß nicht, ob im hiesigen Handel, aber im NES-Store gab es das Ganze regulär zu kaufen. Kann er mit Sicherheit sagen, dass sich die Collectors-Box für PS4 gegönnt hat, wo eben auch die Disk drin steckt. Also regulär ganz sicher nicht, weil Nintendo das exklusiv hatte bei uns. Es ist so. Im Handel konnte es nicht. Der NES-Store ist dann halt wieder eine andere Verkaufsschiene. Da kann es natürlich gut sein. Da habe ich mich auch nicht weiter schlau gemacht. Das ist aber interessant. Zum Download gab es das ja auch bei uns. Aber im regulären Handel, nein. Und es kann auch sein, dass es ja nur, gab es dann das als reguläre Version bei NES oder nur als Collectors? Das ist ja dann auch noch die Frage. Aber egal. Dimo sagt ihm leider gar nichts, aber Musikspiele gehen ja eigentlich immer ganz gut. Dimo ist auch sehr hübsch. Das gibt eine Playstation-Version mit VR-Unterstützung. Die hat ein richtiges kleines Rätsel-Adventure mit dabei, das auch ganz schön knackig ist. Auch sehr schöne Variante. Also Dimo ist einfach eins der Guten. Es gibt einen Haufen, die alle so relativ ähnlich sind und was taugen. Und Dimo ist gut. Das Kaffee der Meerjungfrau schreckt ihn schon alleine ab, diese kleinen Anime-Mädels-Verursachen bei ihm Gänsehaut. Die ist nicht so klein. Das ist auch kein Schmuddel-Spiel. Aber ja, gut. Muss man nicht unbedingt kaufen, schon klar. Das kommt jetzt aber nochmal für Playstation irgendwie raus. Was wäre Kernspiel bloß ohne Dead or Life Extreme 3? Das ist korrekt. Und Dead or Life klingt auch nicht verkehrt, sagt ihm aber leider auch nichts. Und mir leider auch nichts, weil ich es bis heute nicht gespielt habe. Das habe ich auch noch bei Pleasure gekauft. Das weiß ich. Aber ich muss schon wirklich sagen, Pleasure ist wirklich nur eigentlich traurig, das so zu sagen. Weil ich habe mit dem Chef mal auch E-Mail-Kontakt gehabt. Der war auch ganz nett und hat viel erklärt. Aber trotzdem, die Preise sind halt einfach nicht feierlich. Und vor allem jetzt mit dem Dollarkurs noch weniger. Man fährt einfach mit Amazon viel, viel besser, wenn man das gleiche Produkt da kriegen kann. Und nachdem jetzt heutzutage meistens auf der Japan-Version auch die englischen Texte drauf sind, ist das halt einfach viel besser. Schneller, besser, billiger. Insgesamt. Naja. Gut, das war also diese Folge. Dann am Montag gab es dann die Giovanni Rana Pasta Set, frische Tagliatelle Bolognese, die mir leider nicht so zugesagt hat. Erstens war die Zubereitung irgendwie recht fummelig. Und zweitens hat es dann auch nicht besonders toll geschmeckt. Da waren die davor von Jukuk viel besser. Der Torge meint, Ulrichs Kampf mit dem Fertiggericht. Ja. Und dann meint der T-Elite, Ulrich macht jedes Fertiggericht fertig. Ja. Es macht mich fertig und ich es, so ungefähr. Und der Torge meint, und ihn fix und fertig. Genau, ja. So richtig. So ungefähr. Hat er meine Zeile vorabgenommen, wenn man so will. Und dann, am Dienstag gab es das Timbark Napoja Bologo Arbus oder irgendwas. Also ein polnisches Erfrischungsgetränk vom Tokio. Der Ulrich meint, Tokio meint Ulrich Futter und trinkt sich durch die Welt. Diesmal macht er halt in Polen. Ich hätte bei Erbfeln Melonikschmack aber mehr erwartet. Ja, ich auch. Ist mir jetzt aber auch, also wir haben ja noch ein paar Monate Eatings und Trinkings vor uns, die alle fertig sind. Das ist das Gute. Es ist auffällig, wie oft solche Sachen so dünn schmecken. Finde ich. Ist kurios. Aber ja. Aber es war auf jeden Fall ein Versuch wert. Genauso wie am Tag drauf, dann das nächste Eating auch vom Tokio. Das ist Lotte, Topo, X, Kalbi, Sasa, Kuko, Yakimo oder so ähnlich. Der MT Elite meinte auch, korrekterweise beim Ausspringen des Titels hat er sich die Zunge verschluckt. Kann man mal vorstellen. Und der Tokio schreibt, laut Google Translate ist das wohl Schokoladenkonfekt und Süßkartoffelgeschmack. Und mit seinen schlechten Japanischfähigkeiten die Hiragana und Katakana müsste es X-Satsu-Moliko heißen. Aha. In der Sprechblase liest er auch noch was von Cola. Ich habe auch, wie ich den Namen recherchiert habe, auch die Produktbeschreibung gelesen gehabt, aber dann wieder vergessen gehabt. Ich glaube, das ist Süßkartoffel oder sowas. Also die waren ganz, ganz okay. Nichts, wo man jetzt die Läden oder alles auf den Kopf stellen muss, um dran zu kommen. Aber es war wirklich akzeptabel. Gut. Und dann habe ich noch getrunken, nochmal was, ein Arizona Blueberry. White Tea oder Shady Records. Mein Dollar Shady. Da sind nochmal ein paar alte, alte Namen mal wieder aufgeschlagen diese Woche. Nicht schlecht. Das ist eine Lieblingssorte von Arizona. Bester Eistee. Das kann ich nicht so ganz teilen. Zum Beispiel sind die von der, die Dirties, finde ich. Die Blaubeere von Dirty ist definitiv schmackiger. Die Busty Blueberry. Und auch sonst so. Ich fand den Arizona ein bisschen, ja, dünn tatsächlich. Der hat nicht so die, die Wirkungskraft, wie ich ihn mir erwartet hätte. Und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht von. Aber gut. Egal. Wenn es dir schmeckt, soll mir das recht sein. Damit haben wir die YouTube-Kommandeure durch. Wir sind bei, ui, 20 Minuten. Nicht ganz. Dann gehe ich heute mal, stelle ich alles auf den Kopf tatsächlich und fange mit dem Tokio an. Der hat mich eine etwas längere Story geschrieben, die ich jetzt erstmal auch lesen darf. Und das andere ist nicht sehr fragenlastig. Also, gehen wir mal an. Da Tokio schreibt, der heilige PS5-Gralbla. Hallo Ulrich. Wie machen die Schweißdrüsen? Produzieren sie noch fleißigere? Bin ich schon ausgetrocknet? Ja, schön wäre es. Nee, ich schwitze schon immer noch ordentlich. Jetzt geht es gerade, aber heute war auch mal zwischendurch so. Wenn es dann der Schweiß am Rücken runter in die Unterhose rinnt, das finde ich nicht so ganz toll. Hier bei ihm war es Anfang der Woche echt heftig, besonders auf der Arbeit. Da fühlte es sich an wie ein nasser Schwamm die ganze Zeit über. Gott sei Dank hat es jetzt wieder schön abgekühlt. Die Mail kam heute um 9 Uhr morgens. Also, ich bin irgendwie skeptisch, dass das dann so geblieben ist bei euch da oben. Bei uns hier jedenfalls nicht. Am liebsten würde die Leute, die meinen, heiße Sommertage sind auch so geil, ich kriege nicht genug davon nehmen und deren Köpfe gegen einen heißen Stein klopfen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Mal abwarten, was die nächsten Tage so bringen. Vor allem, was uns noch im August erwartet. Ja, das hatten wir ja. Was hier in Mehring wird es wohl akzeptabel bleiben. Weitgehend. August, ja. Also, wer es nicht weiß, in Bayern beginnen die Sommerferien immer als letztes. Bei uns beginnen sie erst nächsten Freitag. Und dann sechs Wochen halt. Aber ist natürlich für mich irrelevant, weil ich ja nicht an den Schulferien dranhänge. Aber ich würde mir auch wünschen, dass der August jetzt nicht auch wieder so zulegt. Aber die Chance ist ja wahrscheinlich nicht so schlecht. Aber müssen wir durch. Zu Halo und keine Story. Also, er sieht die Story von den Halo-Spielen als nette Unterhaltung, ähnlich zu dem ganzen Marvel-Universum. Und er ist so ausartigend natürlich mit weniger Bombast. Ja, aber sie haben trotzdem Gartenzwerge. Und so Scheiß. Das ist bei Marvel doch zum Glück eher gar nicht. Oder ganz, ganz wenig. Naja. Es gaukelt Tiefkürigkeit vor, versucht immer einen auf mega episch zu machen, ist aber im Kern doch seicht und heilt dafür aber gut. Vielleicht. Ich kann mir nur sagen, dass mir von Teil 3 an mir nichts hängen geblieben ist, außer Gartenzwerge und der scheiß Flat-Level kurz vor Schluss, der Dreck war. Den weiß ich auch noch. Und es lebt halt viel von seinen Dialogen. Gerade ist gespannt vom Master Chief und Cortana findet er immer schön anzuhören. Und dafür, ja, mei, na gut. Und dafür, dass der Master Chief im Spiel ziemlich gesichtslos ist, wirkt er in seinen Augen trotzdem sehr prägnant. Ja, es gibt ja auch sonst keine Charaktere, außer der Cortana. Ja, na gut. Übrigens ist der Master Chief in der TV-Serie alles andere als gesichtslos, was leider nichts von Vorteil ist, weil mittelprächtiger Schauspieler. Das habe ich schon mitbekommen, dass sie dem da ein Gesicht und Sex auch noch verschrieben haben und sonstiges. Oh Gott, was will ich denn damit? Naja. Cortana hingegen ist eine weniger lichtspielte Serie, die wirklich, weil sie wirklich perfekt getroffen wurde. Na gut. Sie hat wahrscheinlich ein bisschen subtileres Outfit wie in diversen Halo-Spielen. Nehme ich einfach mal an. Oh, dass ich es gesehen habe. Er jedenfalls ist mal gespannt, wie Halo Infinite weitergehen wird. Er findet das Spiel zwar gut, aber es ist einfach deutlich mehr rauszuholen. Er hofft, dass neben dem ganzen Multiplayer-Zeug auch noch Solo-Kampagnen-Inhalt kommt. Ich glaube, du bist sehr lustig und sehr optimistisch. Aber von mir, ich weiß es. Es kommt erst mal Koop-Kampagne für alle Leute, die es noch mal durchspielen wollen. Irgendwann mal. Oh Gott, hey. Es ist schon traurig, wie man mit einem wichtigen Flaggschiff-Titel, dass der so häppchenweise über Jahre erst fertig wird. Ich meine, ich sage mal, bei No Man's Sky kann man es ja nachvollziehen, weil es ja bloß dreieinhalb Leute waren so ungefähr. Aber das ist das wichtigste Spiel von Microsoft, wenn man so will. Und dann kommt es erst so in so einer Halbgarn, einerseits Free-to-Play, andererseits halb fertig raus. Ich weiß nicht. Ich bin ganz froh, dass mich es nicht weiter interessiert. Sagen wir es einfach so. Ein richtiger Nachfolger wird wohl auf längere Zeit nicht erscheinen. Dafür dürfte Infinite zu viel Geld gekostet haben, muss auch erst mal ordentlich ausgeschlachtet werden. Ich bin mal relativ sicher, dass sie auch ganz klar gesagt haben, Infinite soll jetzt zehn Jahre lang laufen, so nach dem Destiny-Modell als Game, als Service und mit wird halt erweitert und so weiter und so fort. Also ich glaube, einen Nachfolger kriegen wir erst mal definitiv mal ganz lange nicht. Außer sie schmeißen wieder das ganze Konzept um, weil es halt nicht läuft nach ihrer Planung. Wir werden es sehen, aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Am Mittwoch saß er dann zur richtigen Zeit am Laptop, um mitzubekommen, dass Amazon einen neuen Drop an PS5-Konsolen in petto hat. Er war ja noch für den Kumpel auf der Lauer nach Einer. Er hat dann auch eine bestellen können, welche aber nur als Bundle mit Horizon Forbidden West angeboten wurde für 570 Euro, was eigentlich auch frech ist, dabei es getrennt verschickt wird, also kein wirkliches Bundle ist und Horizon separat bei Amazon derzeit nur 50 Euro kostet. Das ist aber billig. Okay. Ja gut, ist halt so. Dass er ein Kumpel das Spiel vorerst aber eh nicht will und jenes eher eben separat verschickt wird, kann es auch einzeln wieder zurückschicken und kriegt die 70 Euro erstattet. Ist das tatsächlich so? Das wundert mich jetzt dann aber ehrlich gesagt. Aber gut, bleibt unter Strich also doch nur eine Konsole für 50 Euro. Das ist ja, dann macht es ja überhaupt keinen Sinn, sowas. Aber gut, ist das wirklich so? Kannst du ja dann mal verifizieren, ob es tatsächlich so ist, weil ich finde, das widerspricht der ganzen Logik einfach. Aber gut, bei Amazon kann man sich vieles vorstellen. Am Mittwochabend kam dann auch schon die Sendungsbestätigung, dass das Paket morgen zugestellt wird per seinen Freund von Hermes, was ihm dann wieder Kopfschmerzen verursachte. Ja, wie gesagt, bei uns hier kommt eigentlich fast alles nur noch mit Amazon Logistics, was jetzt nicht unbedingt sprach- und kommunikationstechnisch besser laufen muss, aber ist zumindest trackingtechnisch ein bisschen spannender. Und vor allem kriegt man eine E-Mail, wenn es geliefert wurde. Das ist auch nicht schlecht. Wenn man wirklich mal mein letztes Ding, was war es denn? Meine Uhr. Da habe ich es unten klappern gehört am Postkasten und bis ich drunten war, war die E-Mail auch schon da. Nicht schlecht. So ist es richtig. Naja, ähm, gut, jedenfalls. Er hat dann sofort einen Paketsjob in der Nähe als Lieferadresse angegeben, weil er zum einen nicht wusste, ob er daheim sein würde und bei Zustellung zu ihm nach Hause bei Hermes hat er nie gute Erfahrungen gemacht. Gut, das ist, ja, nachvollziehbar. Magritte Reiser sagte ihm, dass beide Sendungen getrennt verschickt worden sind, hatten aber beide dieselbe Verfolgungsnummer. Das macht auch keinen Sinn. Wobei, nee, das macht keinen Sinn, nein, du hast schon recht. Also ließ er sich mal überraschen, was da morgen im Paketsjob ankommen wird. Ja. Das war wohl der erste Teil der E-Mail und jetzt hat er nämlich, äh, geht's weiter und tatsächlich wurde nur das Spiel in den Shop geliefert. Die PS5 wurde ihm gestern Morgen, also am Donnerstag, in Zustellung von Hermes angekündigt, zu ihm nach Hause, so viel dazu mit Shop. Okay, zum Glück lief diesmal alles glatt, er war dann auch zu Hause, als der Fahrer kam, somit ist sein Kumpel jetzt auch einer der seltenen PS5-Besitzer. Yay, Happy End, Feuerwerk und so weiter. Nicht schlecht. Er fragt sich echt, wann das Teil mal regulär im Handel aufschlägt und man sich einfach einen mitnehmen kann, wann man will. Er denkt, das wird noch ein Weilchen dauern. Ja, das ist abzusehen. Ziemlich, ziemliches Weilchen wahrscheinlich noch, aber mein Gott. Naja. Zudem hat er ja diese Woche zufällig ein Video gesehen, wo jemand ein kaputtes PS5-Pad reparierte, dessen Schaden ihm sehr bekannt vorkam. Eine Schultertaste hat keinen Druckpunkt mehr. Das sind Sachen, die man hört von, ja klar. Meins hat dummerweise einen Drift im Knüppel. Das ist ein bisschen subtileres, aber lästiges Problem. Hat er auch noch ein Problem mit dem Sam-Pad hier liegen, meint er. Problem war eine gebrochene Feder und Reparatur schien ziemlich easy zu sein, also dachte er sich, er versucht mal sein Glück. Federn kriegt mal 5 Euro bei Amazon zu kaufen, das Öffnen von dem PS5-Pad ist echt ziemlich einfach. Ich hab's noch nicht probiert, aber gut. Die kaputte Feder purzelt ihm auch schon zweigeteilt entgegen und die neue ließ sich einfach mit einer Pinzette reinfummeln. Druckpunkt ist es wieder wie gewohnt, den haptischen Widerstand beim Spielen konnte er allerdings noch nicht testen, da er momentan kein PS5-Spiel spielt, er sich auch keine Lust hat, dafür extra ein Spiel zu installieren. Er geht ja mal davon aus, dass das alles funktionieren wird, das Problem am Installieren keinen Platz mehr auf der Platte oder so. Also sonst wüsste ich nicht, wieso was dagegen gespräche. War nicht drin, ich würde gerne sagen Dirt schon mal, ein Plus dabei, das wäre natürlich ein gutes Testmoment. Hm, keine Ahnung. Ja, also wenn der Druckpunkt passt, dann würde mich wundern, warum der Widerstand nicht da sein sollte. Aber, naja, viel Glück. Und weil die PS5 momentan ruht, na du, ein Spiel auf der CSX derzeit Terrorist Killer per Game Pass, welches von einem Größen und Steppberger für sehr gut befunden wurde. Das ist korrekt, ich mag bloß den Schluss gar nicht. Das hat mir das Spiel ein Stück weit, wenn du mal so weit bist, wirst du auch verstehen, glaube ich, warum. Das gibt sicher Leute, die das Konzept ganz toll finden, ich nicht. Das ist dann echt schwierig, was von wem man es dann einstellt. Ich habe jetzt die Woche auch ein narratives Adventure gespielt, wo der Schluss mir sehr viel, sehr, sehr, wie soll ich sagen, viel von der Begeisterung von davor nimmt, weil es einfach ärgerlich ist, wenn man das Gefühl hat, alles was ich mache, ist eigentlich eh egal, was jetzt nicht so schlimm ist, wenn es einem klar ist, aber nicht in dem Fall so. Und wenn dann der Schluss auch durch ein, zwei andere Aspekte auch noch irgendwie unbefriedigend ist, dann so diffuses Ende mit irgendwas mag ich halt einfach nicht sonderlich. Ja, wo war ich, genau, also Paradise Killer, er hat, ist da auch so eine Geschichte, sieh schon. Ja, es macht echt Laune und wirkt auch seine skurrille Art echt erfrischend. Der Soundtrack ist auch sehr geil, vor allem. Nur was die Grafik angeht, würde er mir widersprechen. Auch wenn ich es für die Switch getestet habe, die natürlich nicht mit einer CSX PS5 mithalten kann, findet er es selbst für Switch-Verte seine 8 von 10 deutlich zu hoch. Nee, das Ding hat Style und Flair. Wir haben ja, es ist ja keine Technikwertung. Es ist Style, doch, der Style ist ganz wichtig. Es gibt ja auch immer Leute, die sich beschweren, warum wir Pixel-Spiel eine hohe Grafikwertung haben. Minute war mal ein schöner Fall, das hat glaube ich 7 von 10 oder irgendwas oder 6. Das ist ein Schwarz-Weiß-Pixel-Spiel. Doch, also das, ich persönlich, wenn es nach mir ginge, würden wir die Grafik und Soundwertung auch abschaffen. Tun wir aber halt nicht. Deswegen ist immer so ein Ding, nein, der Style ist super, absolut. Und der Texturkategorie und Geometrie und Detailgrad sind teilweise echt schlimm. Ja klar, wobei das Ding war ursprünglich ein PC-Spiel, deswegen muss, nee, finde ich völlig ausreichend. Das reicht der gelungene Arzt da dann eben doch nicht wieder raus. Doch, tut er. Tut er, Schluss, basta. Davon hat gesehen, wirklich tolles Spiel bis jetzt. Ich weiß nicht, wo du steckst, wie gesagt. Es ist, so Fußbad soll man nehmen, dann kann man besser springen. Das habe ich damals nicht gewusst. Das ist wichtig. Und die Navigation war auch, habe ich jetzt, wie ich es mal nochmal angeschaut habe, die Navigation war schon immer ein bisschen uff, wo komme ich wie hin und so. Aber es ist, es hat halt super steil und ist auch interessant, aber wie gesagt, für mich war der Schluss halt leider. auf die Art, der macht was, was auch nicht sehr oft gemacht wird, aber ich finde nicht, dass es, ich finde auch gut, dass es noch nicht so oft gemacht wird, aus verschiedenen Gründen. Kann man ja mal dann philosophieren. Da er jetzt schon wieder geschnuckt geschrieben hat, sprach er sich diesmal die Fragen und wünsche uns alle ein hoffentlich gut temperiertes Wochenende der Tokio. Hoffen wir mal. Ein bisschen besser scheint es ja wohl zu werden. So gesehen. Es ging jetzt doch schneller, als ich gedacht habe, die Mail. Aber macht ja nichts. Wir haben nämlich noch eine. Eine habe ich noch. Eine habe ich noch. Vom Dominik. Hallo und guten Tag, Ulrich und Hanang. Er liegt gerade hier auf dem Sofa. Das war auch der Nacht auf Freitag. Schwitzt wie ein Schwein. Alle Fenster sind auf, aber richtige Abkühlung will nicht aufkommen. Wie halte ich das nur aus in der Dachgeschosswohnung? Wenn das so weitergeht, braucht man in Deutschland auch zwingend eine Klimaanlage. Das kann ja noch kommen. Mei, ich mag zwar Hitze ja auch gar nicht, aber ich bin jetzt auch nicht so ultra empfindlich drauf. Deswegen geht es schon noch. Aber ja, das war jetzt hier zwei, dreimal auch schon so. Das ist auch wieder gut. Plus, ich kann ja auch einfach rausgehen aus dem Dach und mal kurz in den Keller marschieren und dann da ein bisschen mich einfrieren. Wobei, das ist auch nicht die beste Idee, wenn man dann wieder ins Warme zurückgeht. Naja, also bei uns war, wie gesagt, gestern, Donnerstag, bei uns hat es in der Nacht hat es geregnet. In dem Tag auch ein bisschen, also da war es echt ein bisschen zurückhaltender. Es war gut. Ja, die Switch hat dieses Jahr noch einiges an Top-Titeln raus und PS5 und Xbox ist das etwas enttäuscht. Das kann man wohl sein, wobei die Playstation hat ja zumindest noch zwei. Mein Last of Us Teil 1 ist natürlich einfach das dritte Mal das gleiche Spiel, aber zumindest ordentlich aufgemotzt, dass man sagen kann, okay, mache ich halt nochmal. Also in meinem Fall sogar mache ich es das erste Mal. Ich habe es zwar auf PS3 und PS4, aber ich habe es beide Mal nicht gespielt, wie peinlich. Oder nicht lang zumindest. bis heute hat er beide Geräte nicht im Geschäft gesehen. Ja, das passt zu dem von gerade vorhin. Also mit Karton und so. Wann wird sich das ändern? Ja, so schnell nicht wohl. Ich meine, wenn man es ordentlich bestellen kann, geht es ja auch, aber ist so, ich weiß. Fragen. Welche Supermärkte sind bei mir in der Nähe und wo kaufe ich dann am häufigsten ein? Für den täglichen Gebrauch kaufe ich ja eher selten. Das machen meine Eltern halt einfach und ich hänge mich dann dran, wenn man so will. Also was gibt es? Also hier in Mehring gibt es konkret zwei Aldis, zwei Reves, einen Lidl, einen Edeka und einen Netto. Und damit habe ich, glaube ich, alle. Ja, das wird alles sein. Wir hatten mal einen Penny, den es leider nicht mehr gibt. Den vermisse ich tatsächlich. Und einen Norma, den vermisse ich weniger. und sonst halt so, ja. Genau. Und ja, mei, also ich sage mal so, wenn ich mal irgendwie zum Einkaufen einfach so irgendwie gucke, dann gehe ich wohl am ehesten zum Lidl, weil der halt das hier lokal größte Geschäft ist mit der interessantesten Mischung irgendwie. Oder halt den Rewe, weil der am nächstgelegenen ist. Zum Beispiel, neben der Arbeit haben wir ja einen Rewe und ein Aldi, aber ja, so gesehen. Warum kaufe ich meine Pepsi? Ich kaufe ja keine Pepsi, ich kaufe einen Schwibschwab. Hallo. Nicht im Getränkemarkt, da gibt es bei uns keinen. Doch, Getränkemärkte haben wir mehrere. Wir haben einen, im gleichen Gebäude, wo der Penny drin war, den Rewe-Getränkemarkt gibt es immer noch. Das ist übrigens auch toll. In Sichtweite vom Rewe, 100 Meter entfernt, ist eine Aral-Tankstelle, da gibt es Rewe to go. Wo ich mich dann auch wieder fragt, wer braucht denn das? Wenn wir doch einen Rewe auch haben. Aber so ist es halt. Dann macht doch da einen Direktverkauf. Also keine Ahnung. Ist ja auch egal. Da, das, einen Sobi, einen Fristo, glaube ich, und noch ein paar kleinere Private, das ist recht einfach. Die meisten davon haben schon mal gar keinen Schwibschwab oder Pepsi. Der große Sobi, der ist direkt neben der Reaktion, den haben sie neu abgerissen und neu aufgebaut und die haben keinen Schwibschwab und keinen Pepsi. Was ist das für ein Scheiß? Und die anderen, die es haben, haben dann oft nur die 1 Liter Glasflaschen und die kosten halt unverhältnismäßig viel. Also zum einen Glasflaschen und Tragel sind sehr viel unhandlicher und schwerer logischerweise wie halt einfach so ein Sixpack. Umweltfreundlicher sicherlich, aber mein Gott. Und sie sind halt im Preis einfach deutlich teurer und ich sehe halt nicht ein, warum soll ich zum Getränkemarkt fahren und dann mehr Geld ausgeben wie in einem Supermarkt. Das macht keinen Sinn für mich. Also ja und das genau, das ist also die einfache Begründung. Wie oft war ich mit meinen Katzen schon beim Tierarzt? Naja, nicht allzu oft zum Glück, weil sie haben, wie sie frisch, frisch geschlüpft sind, waren wir beim Tierarzt, haben sie untersuchen lassen und dann halt auch zum Impfen natürlich und einmal war ich, also mit meiner aktuellen Dingerdation Katzen, einmal bin ich mit dem Flecki, wo er dann einen Abszess hatte am Fuß, dann musste man den halt reinigen lassen und dann nochmal säubern lassen und dann zweimal, zweimal, dreimal zum Impfen. Man geht nicht sehr gerne mit Katzen zum Tierarzt, die nicht autofest sind, weil das ist immer ein Geplärde. Wenn du mit drei Katzen, die letzten zwei Mal sind wir mit allen drei auf einmal, damit man es halt einmal konzentriert hinter sich und wenn halt alle drei zum Plärden anfangen, das ist nicht so geil. Das ist eher stressig, aber naja. Was vermisse ich in meinem Heimatort mehr denn? Naja, mei, natürlich wäre es cool, also ich hätte zum einen gerne noch einen richtig großen Supermarkt, so wie jetzt den V-Markt oder ein, gut, Real gibt es jetzt gar keine mehr hier oder ein Kaufland, so einen richtig großen, wo ich auch meine Pizzen alle kriege und nicht immer erst in den Nachbarort fahren muss. Also meine schön dicken Ami-Pizzen gibt es ja im Rewe gibt es bloß nur noch die Sorte Budapest, also die mit Salami, was ja auch die wichtigste ist, aber trotzdem. Und im Edeka, das ist auch leider so ein Franchise-Edeka und kein richtig großer, wobei die wollen neu bauen, wenn sie die Baugenehmigung kriegen, aber Spießerland ist immer alles nicht so einfach, dann wird es hoffentlich interessanter. Also halt da noch ein bisschen mehr Flexibilität im Angebot, auch im Standardangebot einfach, aber ist halt so, nicht ohne weiteres. Mei, so vermisse ich nicht so allzu. Ich hätte gerne einen Mexikaner wieder, haben wir natürlich nicht mehr, den in Kissingen haben sie jetzt auch nicht mehr, also der im Nachbarort, da ist jetzt der zweite Vietnamesenei. Das wäre noch ganz nett. Mei. Sonst könnte ich jetzt sagen Kino, aber das brauche ich nicht unbedingt. Mei. Schnelles Internet habe ich auch. Das Glasfaser wird jetzt dann endlich ausgebaut. Aber ich meine, mir reicht 100 eigentlich immer noch. Wenn die 100 stabil halten, was sie bei der Telekom tatsächlich auch tun, bei uns ja zumindest, und nicht irgendwie Engpässe auftreten, dann ist das auch okay für mich schon, weil, mei. Natürlich könnte es noch schneller sein, aber es gibt ein Limit an, was man, wo man es wirklich braucht. Wenn das Spiel jetzt halt eine Stunde runterlädt, dann müsste es, das werde ich auch noch verkraften. Eine Stunde ist besser wie 10 Stunden. Aber eine halbe Stunde statt einer Stunde, das ist jetzt so irrelevant, der Vorsprung, dass ich damit noch leben kann. Naja. Nein, ich mag, ich bin ganz happy so. Man kommt überall schnell hin. Wenn ich mal wirklich was Größeres hätte, ist es ja auch kein Problem, man stellt es im Internet oder man fährt halt doch mal nach Augsburg. Es ist ja nicht, dass ich jetzt in der Pampa lebe, wo ich eine Stunde brauche, bis ich zum nächsten großen Ort komme. In Augsburg ist eine Viertelstunde weg, je nachdem, in welche Ecke man fährt oder 20 Minuten halt. Aber das ist schon ganz okay. Ja. Wann war ich das letzte Mal im Freibad? Das ist sehr lange her. Ich bin einmal gezielt in ein Bad in Glasthofen, das ist ein Nachbarbad von Augsburg, mit einer Rutsche und einem Wellenbad, weil ich mal wieder Wellen baden wollte, für ein paar Stunden reingegangen, das war es aber. Wir haben ja ein Freibad in Mehring, aber es ist halt ein normales Freibad. Und das, ja, also für mich muss, wenn ich zum Baden gehen möchte, dann muss ich ein bisschen Action haben. Sei es jetzt, und jetzt bin ich auch so, ich sag mal so, vielleicht nicht mehr so der Fitteste, dass das so ganz ideal ist, auf einer Erlebnisrutsche runter zum Schlittern. Aber sowas halt, oder ein Wellenbad oder so einfach nur in Wasser ist mir zu langweilig. Und deswegen ist ein normales Wellenbad und ein Badesee noch, also Seen sind mir zu, oh Gott, da könnte ich wo reintrappen oder irgendwas oder ekel im Wasser. Keine Ahnung. Nee, also, ergibt sich für mich so nicht. Deswegen, ich könnte es jetzt nicht genau datieren. Wenn ich jetzt sage, fünf Jahre könnte stimmen oder vielleicht war es noch länger. Schwer einzuschätzen. Welche Konsole wünsche ich mir noch als Lego-Bauset? Ja, eigentlich Wünschen gibt es bei mir da gar nicht. Ich meine, das Atari-Ding kam jetzt halt aus dem Nichts und das ist halt, das ist halt wirklich pure Nostalgie, weil es meine erste Konsole war. Das NES war ja nicht uncool, aber natürlich lang nicht so sexy, weil halt, da gab es ja für den Bildschirm. Ich könnte jetzt spontan keine Ahnung sagen. Von den modernen Konsolen gibt es keine, wo ich sagen würde, warum soll ich mir die als Lego zusammenbasteln? So gesehen bin ich damit, wäre ich damit, glaube ich, bedient. Ich meine, vielleicht hätten Game Boy noch ein bisschen Charme, aber der ist natürlich dann total simpel. Mal schauen. Kommen meine Redaktionskollegen auch aus der Nanumgebung? Also aktuell nein. Der nächste ist noch der Chefe, der aus der Wildnis nahe bei Franken kommt. Die anderen sind weiter weg. Früher gab es mal ein paar, die auch, also ich meine, ich bin ja hier bekanntlich ein Ureinwohner. Mich gab es hier in Mehring schon, bevor der Verlag überhaupt mal bei meinen Chefs die Idee aufkam, überhaupt zu Zeitschriften zu gehen. Also glückliche Fügung. Karma oder Schicksal, wie man es nennen mag. Nein, aus Augsburg und nebendran Köksbrunnen gab es ein paar Leute, die von da kamen. Aber ja, ich überlege gerade. Ja, Martin, glaube ich, hat auch, ist ursprünglich aus Augsburg, glaube ich. klar. Deswegen ist er wohl auch hier angesiedelt, der Verlag. Bei den anderen weiß ich es nicht so genau. Winnie, nee. Nee, also ja, aktuell nein. Aktuell sind alle zugezogen. Außer mir natürlich. Gibt es oft Generationskonflikte mit meinen jüngeren Kollegen? Nee. Das heißt jünger. Also ich sage mal so, die Konflikte gibt es eher mit der gleichen Generation. Oder gab es. Ist halt so. Nee. Also das, dass so richtig große Altersunterschiede sind ja auch eher selten. Die haben wir halt jetzt. Wobei, jetzt ist vielleicht der Falschatzstück, die hätten wir jetzt vielleicht, weil halt aktuell wirklich ein Generationengefälle mal da ist mit einem einem Redaktionsmitglied, das wirklich mein Nachwuchs sein könnte vom Altersunterschied her. Das war ja vorher nie so gegeben. Aber nö. Ich meine, ich sage mal so, gibt es nicht, weil ich habe ja eh recht. und da da ist schon, sag mal so, das Standing halt schon so, dass da im letzten Endes wahrscheinlich ne, ich dann mich durchsetzen würde. Würde ich sagen. Kann man nicht immer schwer sagen, aber nee. Die Situation ergibt sich einfach so. Und ich mag auch daran liegen, dass man jetzt seit Jahren nicht mehr so aufeinander hockt durch Homeoffice und so weiter. Ist schwer einzuschätzen, aber so nee. also wie gesagt, die Konflikte waren eher mehr so in der ähnlichen Altersgruppe zu suchen. Das kann man gut gewissens zu sagen, aber egal, ist ja hinfällig. Mehr oder weniger, ja. Was war in meiner Jugend meine Lieblings-Samstag-Abend-Show? Das ist eine gute Frage. Ich meine, vielleicht, ganz banal wird denn das halt, weil es einfach auch die erste so größere war, die einen so auch insgesamt angesprochen hat. Es gab ja, also, was gab es denn noch? Diverse Karel-Shows, EWG, glaube ich, einer wird gewinnen. Also ich würde gerne sagen, Spiel ohne Grenzen, aber da war ich noch zu jung, wie das tatsächlich stattgefunden hat, um dass ich jetzt wirklich eine richtige Erinnerung haben würde, ob ich das toll fand oder nicht. Ja, dann sag mal einfach, wetten das, weil es halt am ehesten reinpasst. Ich muss zugeben, wie ich auch nicht mal ganz so jung war, dass mich Schlag den Rab auch angesprochen hat. Am Schluss habe ich es dann nicht mehr so angeschaut, weil irgendwann sich der hyper-ehrgeizige Rab ein bisschen überlebt hat und halt auch die Werbungspenetranz doch zunehmend größer geworden ist und dann, naja. Und gut, ein, zwei Staffeln DSDS hat man auch angeschaut. So ist es nett. Gut. Mag ich Karstadt? Finde ich so kaufweise noch zeitgemäß? Gibt es Karstadt eigentlich tatsächlich noch? Ich weiß gar nicht, in Augsburg gab es ja auch einen. In meiner Kindheit und Quelle und sowas gab es ja. Heutzutage schwer zu sagen. Ich mag das Konzept durchaus so, alles in einem drin, aber ist das noch zeitgemäß? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie gesagt, ob es das in der Form überhaupt noch so richtig gibt. Und in Augsburg, ich meine, letzten Endes ist ja ein Einkaufs, ein Shoppingcenter, letzten Endes ist das Gleiche, bloß auf verschiedene Geschäfte aufgeteilt. Also halt in größer, wenn man so will. Auch da, wie ich jung war, gab es das Schwabencenter in Augsburg. Das war so eine frühe Variante davon inzwischen. Die gibt es immer noch, aber ist wirklich total abgerannt. Die Hälfte der Läden steht leer, die andere Hälfte ist irgendeiner Billo-Scheiß und so Zeug und das war es dann so ungefähr. Echt traurig. Da war der Toys R Us früher mal drin zum Beispiel, den es hier in Augsburg gab. Jetzt haben wir halt die City-Galerie und die mit dem Saturn vorne und hinten einen Sport-Scheck, würde ich gerne sagen und ein Haufen Klamotten, aber auch unten ein Hugendubel, also große Buchhandlung und so weiter. Also wenn ich nach Augsburg mal wirklich noch zum Einkaufen fahre, hier und da, dann komme ich am ersten dahin wahrscheinlich, weil es da halt alles auf einmal gibt und Parkhaus dran und so weiter. Das Konzept von solchen Alles-Kaufhäusern finde ich, es hat schon noch Charme, es ist wahrscheinlich eher ein nostalgischer Charme, aber schwer zu sagen. Was ist mein Lieblingskino? Mei, gibt es eigentlich keins, weil mein ideales Lieblingskino hätte viele Seele, wirklich gutes Bild und wirklich guten Ton und gute Sitze und keine nervigen anderen Besucher und das gibt es halt einfach gar nicht. Ich war, wie ich öfters noch ins Kino gegangen bin, immer in einem kleinen Multiplex hier im Nachbarsatt oder in Quicksbrunn, das ist neben Augsburg, also hat sechs Leihmände, größter Saal war, glaube ich, lass mich nicht lügen, 200, 250 Sitze oder so. Die haben 4D-Sitze, die habe ich ein, zwei Mal ausprobiert, naja, weil da halt einfach, da konnte man leicht hin, da konnte ich stressfrei hin, da war nie so ganz viel los, die Bauernjugend, sag ich mal, die ist auch nicht ganz so asozial wie die Stadtjugend, sowas, Handys und so angeht und ich habe mir auch dann tendenziell eher mal Zeitpunkte ausgedrückt, wo nicht so viel, also Sonntagmittag kann man gut ins Kino, da ist nicht viel los, zum Beispiel, naja, aber die haben halt auch Bild und Ton, da hin, da waren sie halt auch nicht die Welt und dann irgendwann, mei, ja, also ich habe kein Kino per se so. Gibt es einen Dönerladen bei mir in der Nähe? Ja, geben Tätes, es gab, wir hatten lange Jahre neben der Redaktion quasi einen Dönerbude, die musste aber weg, weil der eine Getränkemarkt umgebaut hat, den Menschen gibt es aber noch. Wir haben in Mehring aktuell zwei Dönerbuden, wenn man so will und einen Döner im Rewe, in einem unserer Rewe, es ist ein Döner drin, aber die hatten dann natürlich andere Öffnungszeilen und die sind beide tatsächlich, die eine ist, neben der Beiber, so eine Art Baumarkt für Bauern, naja, egal, da habe ich noch nie gekostet, die gibt es aber auch inzwischen in der Heile, die ist auf dem Fahrtweg zur Arbeit, wenn man so will und der andere ist in der Nähe vom Bahnhof, da könnte ich auch hin, also es gäbe welche, ja, aber ab und zu habe ich auch mal, fällt mal jetzt, sollte ich mal wieder meinen Döner essen, was dann meistens irgendwann ist, wo ich gerade keinen Hunger habe und dann lasse ich es ja doch wieder bleiben, aber ich habe nichts gegen Döner, aber ja. Wäre ein Pool im Garten eine gute Idee? Es wäre sicher nicht nach, nicht so schlecht, aber der, der Aufwand, den sauber zu halten und so weiter, ist in dem Garten, wo durchaus noch Bäume außenrum sind, ein bisschen lästig, würde ich sagen und dann muss man das Wasser ja und so und dann natürlich und die Wasser, ja gut, je nachdem wie groß er halt ist, Wasserverschwendung, würde ich auch sagen, also hätte eine Idee, aber ich finde der Aufwand, das vernünftig zu betreiben und die ist einfach nicht ergiebig genug, dann schleppt man sich einmal unter die Dusche, ist auch gut. Aber ja, an sich nichts gegen. Kann ich oberbayerischen Dialekt? Nee, kann ich nicht, warum sollte ich das auch? Ich bin doch nicht in Oberbayern, Himmel. Um Gottes Willen, Oberbayern ist der Teil, wo die, wo glaube ich München drin sitzt, oder? Ich bin hier im schönen Regierungsbezirk Schwaben, wie der Aldi, die er wieder sagen würde, im falschen Schwaben, was natürlich nicht stimmt, weil wir im richtigen Schwaben sind und er ist im falschen Schwaben, aber Oberbayern, genau, es ist das Eck um München rum. Nein, wir sind hier in Schwaben und wir sprechen hier offensichtlich oder ich halt auch, mein Dialekt ist Augsburgerisch. Ob der einen offizielleren Namen hat oder einen Hochtrabeln, weiß ich nicht, aber Augsburgerisch ist sehr, sehr gut vertreten, dass das isch und tust und machsch, also es ist ein sehr, sehr prägnantes, prägendes Element des lokalen Dialekts und was halt sonst noch und dass man sagt das und statt das, des und so sagt, das ist sehr, sehr Augsburgerisch. Also die Franken haben so eine Abwandlung davon, aber die sind ja sowieso seltsam, da muss man ja nichts drum tun. Nein, Oberbayerisch kann ich kein, kein gar nichts bisschen. Ich kann überhaupt kein Dialekt, außerdem, mit dem ich halt eh immer rede. So wie jetzt. Aber, nein, kann ich nicht, will ich auch gar nicht, kann, nee, ist nix. Ja, soviel für diesmal. Grüße und tschüss. Vorne, danke gleichfalls, aber wir haben ja noch die Fotos, nämlich, Fledermaus in den Zimmer. Tja, wie kriegt man so ein Tier raus? Beißen lassen sollte man sich nicht, ja, das ist vielleicht nicht die beste Idee, mit einem Küchensieb und einer Scheibe Wurst konnte das Vieh nach draußen entfernt werden. Ich glaube, ich habe noch nie eine Fledermaus hier in den freien Wildbahn gesehen. Es ist spannend, wozu die Viecher immer findet, aber ja. Dann, Metal Game Boy. Die tragbare Schleife sind heute noch spielbar, eins der besten Game Boy Color Spiele, wie ihr findet. Dann würde ich ja das neue Feature im neuen Heft auch begeistern. Ich habe es nie gespielt. Uh, deutscher Screenshot. Und dann noch den erotischen Witz der Woche, wo wir da haben, eine französische Journalistin gefangen in Äthiopien vor Weigedrückkehr nach Hause. Warum? Frage dann. Dann haben wir ein Freikörper-Kultur-Bild mit einer nackigen Französin und einem nackigen Äthiopier wohl, der, ich würde sagen, ein bisschen ordentlich gefotoshoppt ist, weil das ist ein bisschen, die Länge wäre noch realistisch nachvollziehbar, die da so baumelt, aber der Umfang, das sieht eher ein bisschen aufgepimpt aus. Also es ist hochgradig, rassistisch und Stereotyp dieser Witz und er ist jetzt auch nur begrenzt lustig. Aber gut, kann ja nicht immer alles hoch Niveau haben, wie der ganze Rest meiner fantastischen Blah-Folgen. Gut, haben wir das auch noch gelernt und erwähnt und überhaupt und damit sind wir wieder bei den 50 Minuten. Nicht schlecht, oder? Ist schon faszinierend, wie das immer wieder klappt. Ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Im Endeffekt, was gibt es also noch zu sagen? Nimmer viel, ich habe ja vorhin schon viel erzählt, also nächste Woche gibt es wieder die üblichen vier Konsumier-Folgen. Zwei vom Dogio, danke, und zwei von mir. Ich gucke mal gerade was, ob da was ganz besonders Spannendes dabei ist. Moment. Na, jetzt, wir nähern uns langsam. Ah, hier. Was habe ich denn hier? Ähm, nein, es ist ordentlich, sagen wir es so. Davor gibt es aber natürlich am Sonntag ein Let's Play noch, das vorletzte, für aktuell, und das ist, das ist sehr digital, wenn man so will. Also, ich habe jetzt noch zwei coole Folgen, die in zwei Wochen, die finde ich sehr cool, weil die jetzt irgendwie einen gewissen aktuellen Bezug hat, wenn man so will. Hahaha. Ähm, die kommt vom Timing her mal echt gar nicht mal schlecht. Die kommt sogar brutal gut, wenn man so, fast brutal gut, wenn man so will. Ähm, egal. Ähm, diese mal, ich fand's, ja, das habe ich spontan mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht nehme, die habe ich schnell noch bestellt, die kam gerade rechtzeitig, da habe ich sie mitgenommen, aber vielleicht macht man die. Wir haben sie gemacht. Also, es war ein hübsches Video. Könnt ihr dann sehen. Ich hoffe, es gefällt jemanden. Hick und eben noch die E-Dings. Und dann natürlich am Samstag, wie üblich, das nächste Bla. Und wie üblich, bitte vorher Zeug schicken, damit es auch lang genug wird, das Bla. Und wie immer halt, entweder die YouTube-Kommentare, Hicks, oder, noch sehr viel lieber natürlich, als E-Mail an Bla, mit h at kelspieler.de und das Ganze bitte bis Freitag 18 Uhr. Ich habe zwar Urlaub, aber ich glaube, die Frist kann ich trotzdem draufsetzen. Ja, genau. Und damit war es das im Endeffekt. Was soll ich noch erzählen? Nichts mehr groß. Deswegen sage ich, ich hoffe auch, dass wir alle bald wieder ein bisschen weniger schwitzen. Ich sowieso, ihr gerne aber auch ein bisschen weniger schwitzen und dann wünsche ich euch ein möglichst stressfreies, ja, Rest, Tag, Zeit, Erlebnis, Woche, gesunde Woche, wenig Stress und so weiter und so fort. Und dann hören wir uns halt, denke ich mal, nächste Woche wieder und darum, bis dahin, Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020